Hallo ihr Lieben, ich bin es, eure Leseratte. Willkommen zum achten Teil von meinem Weihnachts-Special, in dem ich euch ein ganz besonderes Buch nahelegen möchte, und zwar von Jason F. Wright, das Weihnachtsklas. Ein ganz, ganz tolles Buch. Louise findet in einem Schnellrestaurant ein Findelkind, ein kleines Baby, was ausgesetzt wurde. Sie nimmt sich ihrer an, es ist ein Mädchen, und nach vielen Behördengängen gelingt es ihr auch, dieses Mädel zu adoptieren. Sie gibt ihr den Namen Hope wie die Hoffnung und kümmert sich liebevoll in dieses Mädchen. Hope wächst heran, wird eine sehr erfolgreiche Journalistin, und als sie eines Tages nach Hause kommt, ist ihre Wohnung ausgeraubt worden. Das schockiert sie sehr, aber noch vielmehr überrascht sie das Glas, was jemand in ihrer Wohnung stehen lassen hat. Es ist ein Glas voller Münzen, ein paar Dollarscheinen, und sie ist, weiß überhaupt nicht, was es damit auf sich hat. Und ja, Neugier liegt ihr als Journalistin im Blut und jetzt fängt sie an zu recherchieren, was es mit diesem Weihnachtsglas auf sich hat. Irgendein wohltätiger Spender scheint mehrere Gläser davon jedes Jahr zu Weihnachten zu verteilen. Hope fährt auch an jedem Heiligabend in dieses Schnellrestaurant, in dieses Bistro, um halt vielleicht ihrer Mutter wieder zu begegnen. Ein unheimlich entzückendes, berührendes, warmherziges Buch. Ich kann es wirklich nur allen empfehlen, die auf so schmalzige Sachen stehen. Meine Augen blieben am Ende nicht trocken und ja, ich fand es hinreißend. Großartig. Ich vergebe diesem Buch insgesamt fünf Leseratten. Übrigens auch ein ganz tolles Geschenk für den Gabentisch. Viel Spaß beim Lesen und wenn ihr es verschenkt, legt Taschentücher dazu. Tschüss, bis zum nächsten Mal!